ja hallo und herzlich willkommen hier auf dem kanal. heute geht es wieder raus in den bach. wir schauen uns heute ein neues gebiet an. seid mal gespannt was wir finden. ja wenn wir so alte goldgräberpfade entlang spazieren versuchen wir natürlich auch immer ein bisschen herauszufinden an was die alten goldsucher sich damals orientiert haben und wie die praktisch hinter das goldsuchen dahinter gekommen sind. das ist eigentlich letztendlich der grund warum wir hier solche wanderungen machen und was das ganze dann auch so spannend macht diesen spuren zu folgen. so 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 , so 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 , so hier an der stelle ist auch ein seifenhügel. da sind aber laute felsen. da hat auch jemand gegraben. so 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.